Noch nie zuvor wurde auf Steam so viel gespielt wie jetzt, Cyberpunk 2077 wird auf Steam gefeiert und ein Spieler entwickelt den angeblich unmöglichen Battle Royale Modus für Battlefield 2042 einfach im Alleingang. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Valve feierte mit Steam einen neuen User-Rekord. So waren in den letzten 24 Stunden 27.384.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig auf der Online-Plattform aktiv. Damit übertrifft Steam den bisherigen Rekord von 26,9 Millionen Usern um April 2021. Der Großteil davon entfällt mit fast 850.000 auf CSGO, danach Dota 2 mit 660.000 und PUBG mit 241.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern. Ein überraschender Aufsteiger ist dabei der Landwirtschaftssimulator, der mit 105.636 gleichzeitigen Bäuerinnen und Bauern sogar an Battlefield 2042 vorbeizieht. Valve hat seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 gleich mehrfach seinen bisherigen Rekord geknackt und bleibt weiterhin auf Erfolgskurs. Weiter dazu beitragen könnte der Launch des Handheld Gaming-PCs Steam Deck, den Valve allerdings kürzlich auf Februar 2022 verschieben musste. Wir bleiben bei Steam, denn es sieht ganz so aus, als bekäme Cyberpunk 2077 dort nochmal die Kurve. Seit kurzem stehen die User-Bewertungen dort nämlich auf sehr positiv und decken sich damit mit der Erwartung von CD-Projektchef Adam Kiczynski, der in einem Interview gegenüber dem polnischen Wirtschaftsmagazin Jets Pospolita erklärt hatte, dass es sicher sei, dass man Cyberpunk trotz chaotischem Launch auf lange Sicht als sehr gutes Spiel sehen und es sich genau wie The Witcher noch Jahre gut verkaufen werde. Eine Erklärung für den plötzlichen Anstieg um über 15.000 positive Reviews ist eine Rabattaktion bei Steam, durch die der Preis noch bis zum 1. Dezember um 50% reduziert ist. CD Projekt hat im Verlauf des Jahres mehrere Updates mit Bugfixes veröffentlicht, kürzlich aber erklärt, dass weitere große Patches, neue Inhalte oder das versprochene Next-Gen-Upgrade erst 2022 erscheinen würden. Das sehr positiv Urteil ist zwar ein Erfolg für CD Projekt, bei der PC-Version hatten jedoch schon immer die positiven Stimmen auf Steam überwogen, selbst zum Release im Dezember 2020. Ganz im Gegensatz zur Last-Gen-Konsolen-Version, die auch nach mehreren Patches auf PS4 und Xbox One noch immer Performance- und Grafikprobleme hat. Offiziell hat Battlefield 2042 keinen Battle-Royale-Modus, ein Fan hat jetzt jedoch über den mächtigen Editor von Battlefield Portal einen überraschend umfangreichen Call of Duty Warzone-Klon gebastelt. Der hört auf den Namen Warfield und ist kostenlos über Battlefield Portal spielbar. In Warfield startet ihr wie in anderen Genre-Vertretern zunächst mit einem Fallschirmsprung hoch über der Map und müsst dann unterwegs Waffen und Loot einsammeln, um gegen 99 andere Spielerinnen und Spieler zu bestehen, während ein kleiner werdender Ring das Schlachtfeld immer weiter begrenzt. Wer abgeschossen wird, kommt dann ins Gulag und bekommt dort die Chance wieder in die Partie einzusteigen. Da der ganze Spielmodus nur über die Bordmittel von Battlefield Portal erstellt wurde, musste sein Ersteller der User CHBMG für einige Gameplay-Mechaniken kreativ werden. Der Ring besteht etwa aus einer Kette von eingefärbten Bots, die aufeinander zulaufen, der Loot ist unsichtbar und nur auf der Map gekennzeichnet und auch sonst ist diese erste Fassung von Warfield gerade auf der Konsole noch etwas instabil. Für CHBMG ist das Ganze allerdings jetzt schon ein Erfolg, hatten doch die Entwickler von DICE in einem Interview erklärt, dass die Möglichkeiten des Battlefield Portal Editors begrenzt seien und man damit unmöglich einen Battle Royale Modus entwickeln könnte. In den nächsten Tagen will CHBMG den Modus immer mal wieder hosten, bietet über den Code AAGDWA im Battlefield Portal aber auch allen Interessierten an, den kostenlosen Spielmodus als User Created Experience bei sich selbst zu hosten. Es sieht ganz so aus, als bekämen die Marvel Superhelden ein richtiges MMO und zwar von einem in Sachen Superhelden-MMOs sehr erfahrenen Studio, Dimensional Inc. Das geht aus einer Investorenkonferenz hervor. Demnach arbeitet das Studio an einem Online-Rollenspiel auf Basis der Marvel Superhelden-Comics unter der Leitung des MMO-Veteranen Jack Emmert, der zuvor schon City of Heroes aufgebaut hatte. Aktuell betreibt und entwickelt das Studio Dimensional Inc. unter Emmert zudem das MMO zur Superheldenkonkurrenz, nämlich DC Universe Online. Angefangen hatte das Team damals unter dem Namen Daybreak Austin, schon im Januar 2020 aber unter dem neuen Namen selbstständig gemacht. Noch ist völlig unklar, ob das Marvel-MMO Gemeinsamkeiten mit DC Universe Online oder anderen Marvel-Multiplayer-Titeln wie Avengers oder Strike Force haben wird. Der Voice-Actor DC Douglas dürfte aktuell ziemlichen Ärger mit dem Publisher Capcom haben. Denn der für den Resident Evil-Schurken Albert Wesker bekannte Douglas hat gleich zweimal in den letzten Tagen Infos und Bildmaterial aus dem eigentlich noch streng geheimen Remake zu Resident Evil 4 veröffentlicht. So soll Douglas zunächst in einem Livestream zugegeben haben, die Rolle des Bösewichts Wesker erneut für den Separate Ways-Modus des Remakes zu übernehmen. Dass dieses Zusatz Kapitel rund um Ada Wong aber überhaupt Teil des Remakes sein würde, war bisher noch gar nicht bekannt. Kurz danach hat er zudem mehreren Fans über Twitter per Direktnachricht erste Konzeptzeichnungen des neuen Weskers geschickt. Kurz nach dem Bekanntwerden der Leaks hat Douglas jetzt aber seinen Twitter-Account vollständig gelöscht. Offiziell hatte Capcom ein Remake zu Resident Evil 4 noch gar nicht offiziell angekündigt, Gerüchten zufolge war für einige Zeit aber das Studio M2 hauptverantwortlich mit dessen Entwicklung beauftragt. In der Zwischenzeit soll die Rolle des Teams, das auch am Remake von Resident Evil 3 mitgearbeitet hat, aber signifikant reduziert worden sein. Bandai Namco hat ein neues Dragon Ball Spiel vorgestellt und das hatte vermutlich keiner so wirklich auf dem Zettel. Denn in Dragon Ball The Breakers prügeln wir uns nicht als Son Goku und Co. durch die Manga-Vorlage, sondern flüchten als schwächlicher Zivilist vor dem übermächtigen Schurken Cell. The Breakers adaptiert dabei das asymmetrische Spielprinzip von Horror-Hits wie Dead by Daylight. Denn nur durch Zusammenarbeit können vier Menschenspieler ein Fluchtraumschiff wieder flugtüchtig machen und damit dem Cell-Spieler entkommen. Der muss wiederum NPCs oder Spieler vertilgen, um sich so weiterzuentwickeln und immer mächtigere Superkräfte freizuschalten. Dragon Ball The Breakers soll 2022 für PC, Xbox, Playstation und Switch erscheinen, ab sofort kann man sich auf der offiziellen Website für den Beta-Test anmelden. Und das war's schon wieder für heute mit den News. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gut informiert hat und schaut gerne auch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel unsere Einschätzung zur Solo-Kampagne von Halo Infinite oder das hier zum neuen X4-Add-On. Die News gibt's wieder morgen. Bis dahin, weiterspielen! . .